Hallo, du möchtest Trams programmieren. Wie geht das? Auf was muss ich achten? Ich gebe dir ein paar Tipps und Tricks, wie du realistische Trams, also einem Drummer nachempfunden, einem Schlagzeuger nachempfunden, programmierst, worauf du dabei achten solltest, damit das Ganze ein Feeling hat, damit es grooved, damit es swingt. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Okay, dann sind wir hier in der Session drin. Wir befinden uns in Studio One und ich habe hier mal ein Pattern vorbereitet. Wie ihr seht, haben wir hier oben eine Bassdrum. Hier haben wir eine Snare und hier haben wir eine Achtel-Hyatt auf der Articulation-Close-Tip. Die Snare klingt so und die Bassdrum klingt so. Hören wir uns mal ganz kurz an. Jo, und so weiter. Wie wir hören, das Ganze klingt ziemlich statisch. Und wir wollen jetzt mal ein paar Sachen hier verbessern, verfeinern. Dazu springen wir zuerst mal in die Hyatt-Variation. Ihr seht, hier liegen die ganzen Hyatts auf einer Note und mit einer Artikulation. Gehen wir mal in das nächste Pattern rein. Was haben wir hier gemacht? In dem nächsten Pattern, das ist im Prinzip das gleiche Pattern, nur dass sich das jetzt immer um einige Schritte fortsetzt. Wir haben die Closed Hyatt genommen und haben den ersten Anschlag der Hyatt auf eine Closed Age gesetzt. Also eine andere Artikulation. Und alle Hyatt, die wir auf der zweiten Achtel haben, die haben wir jetzt mal auf einen Tight-Tip gesetzt. Das hört sich so an. Und die erste Note hört sich so an. Und dann haben wir auf die Snare-Schläger, wo die Snare sitzt, haben wir jede Hyatt, die dort kommt, haben wir auf eine Open Age. Das ist, wenn der Drummer auf die Seite, also nicht von oben mit der Spitze schlägt, sondern mit dem Stock auf die Seite der Hyatt schlägt. Die klingt so. Und hier haben wir noch eine Variation drinne, zweimal, jeweils die zweite Bassdrum, wo eine Open Age Hyatt sitzt. Wir hören uns nochmal das erste Pattern an. Und jetzt hören wir uns mal das zweite Pattern an. Ja, ihr hört schon, die Hyatt hat ein ganz anderes Verhalten. Das Ganze lebt schon mehr. Als nächstes springen wir in die Ghost-Notes, um dort noch ein bisschen Bewegung in die Snare reinzubekommen. Und auch ein paar Bassdrum-Noten werden wir jetzt noch dazusetzen. Das Hyatt-Pattern haben wir fertig. Gehen wir jetzt also hier in diesen Bereich. Wir haben hier die Bassdrums, die 1, die 2, die 3, die 4. Und dazwischen haben wir jetzt kleine Betonungen gesetzt. Und bei den Snare haben wir jetzt hier die Hauptschläge, die 2 und die 4. Hier die 2, die 4 und so weiter. Und haben jetzt hier noch Noten dazwischen gesetzt. Das Ganze hört sich so an. Ja, da kommt schon langsam Bewegung rein. Aber das Ganze klingt doch noch sehr, sehr, sehr statisch. Dem Statischen wollen wir jetzt entgegenwirken. Und dazu gehen wir mal in das nächste Pattern rein. Wie gesagt, es handelt sich immer um das gleiche Pattern. Es sind immer nur die Fortschritte, die sich zum vorherigen Pattern unterscheiden. Und hier haben wir jetzt, wir gehen in die Bassdrums rein. Und wie ihr seht, hier unten die Anschlagstärke. Das ist die erste Bassdrums, das ist die zweite, das ist die auf dem dritten Takt und das ist die 1 vom vierten Takt. Und hier sind unsere ganzen Zwischennoten. Ich nehme die jetzt alle nochmal hoch. Und dann haben wir wieder gleiche Anschlagstärken für die ganzen Bassdrums. Wir werden das jetzt mal hier muten. So. Und dann klingt die Bassdrum so. Fangen wir jetzt mal an, die Bassdrum in ihren Anschlagstärken zu variieren. Jeweils die erste Note auf jedem Takt bleibt so. Und die Zwischennoten nehmen wir jetzt mal ein Stückchen runter. Und diese Note hier hinten, die letzte Sechzehntel, ist im Prinzip der Aufschlag für die 1 vorne für den Loop. Weil das Ganze wird ja später hintereinander kopiert und da rollt das Ganze besser. Den geben wir ja auch. Eine kleine Note. Und dann klingt das Ganze so. Ja, du hörst schon. Da kommt eine gewisse Dynamik rein in die ganze Geschichte. Und das klingt schon mehr nach einem richtigen Drummer. Dasselbe machen wir mit der Snare. Auch hier gehen wir jetzt mal in die Velocities rein. Und die habe ich im Prinzip genauso wie die Bassdrum hier unten schon gesetzt. Wir haben hier im Prinzip die 2, die 4, die 2, die 4. Takt 3, 2, 4, Takt 4, 2, 4. Und dazwischen die Noten, die habe ich jetzt ein kleines Stückchen runter gesetzt. Die entmuten wir mal. So. Und dann klingt das Ganze so. Jo. Bei der Hi-Hat haben wir genau dasselbe gemacht. Wir haben jetzt hier die ganzen Hi-Hats. Diese Velocities, die haben wir schon ein kleines bisschen angepasst, dass so ein bisschen ein Random-Feeling entsteht bei den Noten. Das sind die Schläge, die immer jeweils in der Mitte des Taktes sitzen. Hier haben wir die zweiten Betonungen, also von der Hi-Hat, die kommt. Die sind alle etwas leiser, aber variieren trotzdem. Hier haben wir die Closed-Age. Die sitzt immer fett auf der ersten Bassdrum des jeweiligen Taktes. Und hier unten haben wir nochmal eine Open-Age. Und diese Open-Age-Hi-Hat, die sitzt jeweils immer auf dem Snare-Schlag mit drauf. Ja, das ist nochmal so eine Betonung, dass die Snare nochmal einen gewissen Punch bekommt. Ich mache die mal alle einzeln an. Nehmen wir erstmal die hier. So. Und dann brauchen wir natürlich auch noch die zwei. So. Und dann hören wir uns das mal an. Ja, und dann haben wir hier... Eine richtige Open-Hi-Hat. Das ist diese hier. Die kommt immer auf der jeweils zweiten Bassdrum. So. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Thema. Es ist hier zwar schon drin gewesen, aber dir ist es bestimmt nicht aufgefallen. Ich werde jetzt mal diese ganzen Noten hier markieren. Und werde die mal alle auf Sechzehntel quantisiert lassen. Und mal richtig hart quantisieren. Das ist die Herangehensweise. Wenn man heute Trams programmiert, also wenn man es mit der Maus programmiert, dann funktioniert das so. Spielt man das Ganze mit einer Tastatur ein, da kann es schon passieren, dass man dieses Feeling schon mit reinbringt. Es ist aber extrem wichtig, wenn du mit der Maus programmierst, dass du solche Geschichten machst, die ich dir jetzt zeige. Wir gehen erst mal die ganzen Geschichten von der Snare durch. Immer die erste Snare in einem Takt. Also dieser, dieser, dieser und dieser. Die werden wir jetzt ein klein wenig im Timing ändern. Warum machen wir das? Aus dem Grund, weil ein Drummer erstens niemals getimt die Schläge genau auf die Zählzeit setzt. Erstmal ein Instrument sowieso und auch in sich zu einem anderen Instrument. Sprich, wir haben hier eine Snare und eine Hyatt. Die sitzen genau auf dem gleichen Schlag. Und das Ganze wird dadurch sehr statisch. Also, wir machen jetzt mal folgendes. Wir nehmen die erste Snare in einem Takt ein Stückchen vor, um diesen Drum Pattern einen gewissen Drive zu geben. Die Hyatt lassen wir erst mal so. Dazu schieben wir hier ein Stück vor. So. Und die Hyatt lassen wir mal so. Und ich spiele jetzt mal nur diesen Part hier ab. Und du merkst gefühlt, dass sofort ein gewisser Drive reinkommt in das Ganze. Die zweite Snare in jedem Part werden wir ein kleines Stückchen nach hinten setzen. Man spricht auch von einem sogenannten Laid Back. Das bedeutet, dass wenn der Drummer das Groove spielt, die erste Snare vorzieht, gibt er dem einen Drive. Und mit der zweiten Note legt er sich so richtig hinten drauf. Also verstärkt nochmal die Schwere eines Grooves. Das hast du ganz verstärkt bei Balladen. Da wird sehr, sehr viel mit Laid Back gespielt. Meistens sogar in beiden Snares, die hier drin sind. Und wir nehmen mal diese Note ein Stück hinter. Könnte sein, dass es schon ein bisschen zu viel ist. Müssen wir hören. Na, das geht. Geht noch. So. Das Ganze machen wir jetzt hier in jedem Takt. Also nehmen wir die mal so weit vor. Mal hören, wie das klingt. Ja. Und wenn du genau hinhörst, wirst du merken, klar, die Hi-Yat sitzt jetzt nicht genau auf das Snare drauf. So. Das machen wir hier. Und hier hinten die letzte auch noch. Und jetzt werden wir hier noch jeweils die Laid Backs reinbringen. Also die zurückgelagerten Noten. Gehen wir mal hier ein bisschen mal weiter hinter. Ich übertreibe es mal richtig. Mal hören, wie das klingt. Ja, das ist schon ein bisschen zu spät. Also gehen wir noch ein Stück vor. Dasselbe machen wir auf der Note. Und auch hier gehen wir noch ein kleines Stück hinter. So. Und dann klingt das Ganze so. Die ist natürlich eindeutig zu weit hinten. ein kleines stück vor kannst es natürlich auch probieren diese noten auch nach vorne zu ziehen dann gibt es der sache noch mehr drive okay so und jetzt gibt es eine funktion in studio one die nennt man humanize die humanize funktion da hat sich studio one wahrscheinlich gedacht okay ein mensch wie gesagt wenn ein instrument einspielt er spielt nie genau auf auf die zählzeiten es werden immer kleine schwankungen drin sein und genau das ist das was die musik eigentlich ausmacht das ist das wovon dein song lebt das nicht alles genau auf diesen zählzeiten sitzt in einer rock'n'roll produktion oder folk produktion oder blues produktion sollte man auf diese sachen schon achten dass ein klein wenig um die zählzeiten drum herum gespielt wird und da gibt es eine humanize funktion wir markieren das mal alles hier und die werden wir gleich mal hier uns nehmen und wenn wir jetzt mal hier gucken diese 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 noten die hier unten sitzen die können wir jetzt mit dem noten anfang bereich ein klein wenig nach vorne oder nach hinten setzen per zufall da wird irgendeine note genommen die wird halt jede note wird in sich einzeln versetzt mit diesem tool können wir auch die anschlag stärke verändern das ist hier diese kurve hier unten indem wir um minus 10 in dem fall und plus 10 das ganze verändern das mache ich jetzt mal nicht weil hier schon diese anschlag stärken ja verzeichnet sind deswegen setzen wir das mal auf null und machen jetzt nur das timing so hat man jetzt natürlich erst mal nichts gesehen aber wenn man jetzt hier mal genau reinguckt sieht man dass die heils ihre position auch verändert haben hier ist noch eine nach vorne gekommen das könnte eventuell ein problem geben hier mit das näher also diese jetzt die haben sich alle irgendwie ein kleines bisschen verschoben versetzt und dadurch umgeht man dieses statische jedes instrument hört man auf den gleichen schlag ja ich würde sagen das kann man hier so lassen was wir jetzt mit das näher gemacht haben da sollte man hier oben beim fuß auch noch mal ein bisschen reingehen und noch mal genau hören auf diese zwischen noten die diese ganzen noten die auf genau auf den takten liegen die lassen wir mal so und die zwischen noten hier da werden wir auch noch mal mit dem timing was machen wir hören noch mal ganz kurz in die bass drum okay das ist eine die hatten bezug zu dieser snare das heißt wir werden die mal ein kleines stück hintersetzen dafür werden wir die heil hier ein stücke vornehmen hören wir uns mal diese note hier an ja und dadurch dass die jetzt zu dieses näher weiter an gerückt ist swingt dieser teil auch ein bisschen mehr das wird man nachher ganz stark hier bei den zwei noten hören und dasselbe machen wir jetzt auch mit den beiden noten die nehmen wir ein bisschen an diesen heran die ziehen wir ein stück vor weil die in bezug zu dieser steht das war zu viel beziehungsweise hat die ein problem mit der hyatt da müssen wir die halten kleines stück vornehmen genau und diese note jetzt hier die setzen wir näher an die ran damit es noch ein bisschen mehr swing kriegt hören wir mal ja hier ist die hyatt ein bisschen weit weg auch ein stückchen ran ok so hier hinten haben wir dasselbe hören wir noch mal ganz kurz auf die stelle die hat den bezug zu der nehmen wir ein kleines stückchen vor ja und die hat wieder den bezug zu dieser snare hier nehmen wir ein stückchen hinter die hyatt ein stück vor die ist zu viel die auch wieder stück vor und die wieder ein kleines stück hinter und die snare nehmen wir jetzt mal hier noch als drive hier vor wenn du dir nicht sicher bist ob ein bestimmter teil stimmt und auch richtig rollt dann setzt du dir einfach mal einen marker zu einem loop und hörst dir das ganze immer mal am besten mit geschlossenen augen nicht immer auf das pattern gucken einfach mal anhören ja ich denke das kann man so lassen wir reden hier von einem part die ganze zeit und diesen part kann man natürlich kopieren 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 und so sich den song damit zusammenstellen wir reden jetzt nur von strofen es gibt immer eins zu beachten genau wie ein sänger der seinen text hat sich an den text hält und den auch singt und zwischendurch kleine variation macht da mal ein schrei da mal ein hu oder irgend so was macht ein drummer hält er sich an sein pattern der hat ein klares pattern warum sollte die erste strophe so sein und warum sollte der zweite strophe eine komplett andere bass drum spielen das würde den ganzen song zerstören also nimmt man dieses pattern kopiert das und setzt das auf die zweite stelle und macht kleine abweichung rein kleine abweichung bedeutet dass man wenn das zum beispiel ein part ist wo danach der refrain kommen würde hier in dem hinteren teil kleine enden veränderungen vornimmt was habe ich gemacht in dem part ich habe in dem part einfach ein paar toms reingenommen man kann natürlich auch hier schon leichte veränderung vornehmen in den snare ghost notes so dass das ganze ein bisschen wie zu irgendwas hin strebt in dem fall zum refrain wichtig ist zum beispiel auch dass man hier in der hyatt veränderung vornimmt damit sich das ganze etwas steigert und vor allen dingen aus dem grund ein drummer hat nicht nur der drummer der gitarrist jeder mensch hat nur zwei hände und kann also nicht drei noten auf einmal spielen der drummer ja da kann ich eine hyatt schlagen gleichzeitig ein tom schlagen und gleichzeitig ein snare schlagen also muss man an der stelle wo sie sich jetzt toms befinden muss man die hyatt wegnehmen so dann hören wir uns den part mal an wie gesagt hier sind ein paar toms reingekommen und auch die toms habe ich mit ihren anschlag stärken entsprechend angepasst wir hören uns das mal an und ihr hört diese hyatt hier die schließt im prinzip oder leitet im prinzip diesen break ein ja und hier haben wir eine hyatt die diese hyatt wieder schließt das ist eine spezielle das ist ein closed pedal das klingt so und das schließt diese note also die klingt und dann wird die geschlossen ja und das macht man meistens auch damit kann man auch einen gewissen drive erzeugen und hier haben wir dann das sind zwei toms hier haben wir noch einmal die hyatt also als wenn der die den fuß durch treten würde auf der hyatt vom gefühl her er ist ja im groove drin und er tritt ja auch mit dem fuß immer auf die hyatt drauf im takt und ja so hier haben wir noch mal eine open und hier haben wir noch mal eine die im prinzip dieses näher wieder unterstützt auch hier wenn man sich hier nicht sicher ist beim programmieren der drums kann man hier sich diesen loop setzen wo diese toms vor allen dingen sind und dann kann man hier mal probieren wenn man das ganze abspielen lässt dass man die toms auch mal verändert ja ich habe die noch ein bisschen vorgenommen ihr seht euch kriegt das einen ganz anderen charakter schon wieder ja und man kann natürlich auch in den snares aber wie gesagt immer darauf achten dass man hier sich nicht mit den tom ins gehehe kommt beziehungsweise mit den hyatt kann man natürlich auch hier varianten das näher einbringen hier haben wir ein rimshot das ist die sender ist der rimshot hier haben wir die age und die zwei brauchen wir jetzt in dem fall mal nicht wir nehmen wir hier die h mit rein so machen wir hier mal einfach noch eine note halt da wollte man nicht hin wir wollten wir wollten auf die auf den auf die kannte und setzen wir hier noch hier sind wir auf dem fuß machen wir hier noch eine kante rein und hören uns das mal an da hat man hier noch mal so eine betonung nicht persönlich würde wenn dieser break noch mal kommen sollte wie gesagt dann diese sachen die ist der und die tom anders setzen variieren damit das nicht unbedingt immer die gleichen breaks sind damit man auch da wieder dieses menschliche gefühl von dem drummer rein bekommt ja und dann haben wir im prinzip hier hinten eigentlich diesen part wo wir mal alles zusammengefasst haben hier zusammen und ich habe hier schon mal eine bass spur angelegt und dann hören wir uns das ganze mal an wie das ja mit dem bass zusammen klingen würde und ich finde das kauft schon das swingt das schmaucht wie man so schön sagt und das statische ist auch ein bisschen raus aus der ganzen geschichte ja nun wirst du sagen herrje was für ein aufwand für ein drum pattern wenn ich das den ganzen song machen will dann nehme ich doch lieber und vorgefertigten midi file oder aus einer library ein grove was in drummer eingespielt hat kannst du natürlich machen richtig aber letztendlich wirst du dann das grove abändern weil es nicht auf deinen song passt ich hoffe ich konnte dir ein paar tipps und paar tricks geben wie man realistische drums einem drummer nachempfunden programmiert wenn du mehr wissen willst zu superior drummer studio one 5 oder logic pro lass es mich wissen lassen kommentar da ich werde mich melden und dann sehen uns das nächste mal tschüss